Es gibt in der agilen Welt eine gute Diskussion, ob man Feedback überhaupt ungefragt geben darf. Und ich bin auch der Meinung, dass es das Beste ist oder die beste Voraussetzung ist, wenn Menschen nach dieser Rückmeldung fragen. Denn wenn sie nicht danach fragen, dann sind sie auch gar nicht offen dafür. Das heißt also, in dem Fall würde ich sagen, der Tipp ist eigentlich, das nach dem Feedback fragen, das zu trainieren. Also das ist auch was Neues. Man kann neue Dinge zu Beginn nicht richtig machen. Aber wenn ich jemandem Feedback gebe, egal ob es negatives oder positives Feedback ist, und er hat nicht danach gefragt, dann ist dieser Kopf sowieso nicht empfangsbereit. Und um diese Empfangsbereitschaft zu haben, ist es besser, wenn auch an dieser Stelle sozusagen das Pull-Prinzip einsetzt und jemand sagt, jetzt möchte ich etwas wissen zu dieser Sache und deshalb frage ich auch danach. Und dann kann diese Rückmeldung kommen. Und wer immer Feedback gibt, den Leuten kann ich halt nur empfehlen, mal so ein bisschen mit der gewaltfreien Kommunikation zu experimentieren, dass sozusagen das, was man an Rückmeldung gibt, eindeutige Ich-Botschaften sind, dass man bei sich bleibt. Was habe ich gesehen? In welcher Situation? Was hat das mit mir gemacht? Damit gerade Menschen, die das noch nicht so gewohnt sind, auch Feedback anzunehmen, sich nicht angegriffen fühlen. Auch da kann man viel üben. Also üben, nach Feedback zu fragen und üben, möglichst gewaltfrei Feedback zu geben. Man muss es machen. Das einfach nur zu wollen, das genügt leider nicht.